Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei New German Reviews. Heute mal wieder mit, am neuen Video heute mal wieder mit Assassin's Creed Chronicles Shinar. Ähm, ja, hier kann ich mich wieder im Gebüsch verstecken. Ich kann auch von Gebüsch zu Gebüsch springen, was wirklich ganz cool ist. So, ihr habt mich nicht gesehen. So, den möchtet ihr mal mitnehmen? Nein. Gleich aufheben und hier rein. Und natürlich mir. Warte, warte. Ah! So. Hier und hier rüber. Dann hier rüber. Dann hier hoch. So. Nein. Ah! Das war sogar noch knapp. Das war sogar noch relativ sehr knapp. So, Munition voll. Nein. So, nochmal werfen. Oh! Und ich muss sagen, das Spiel gefällt mir so in den ersten... In der ersten Dreiviertelstunde, wie ich es jetzt gespielt habe, gefällt mir das Spiel sehr, sehr gut. Also, das ist sehr, sehr flüssig. Okay. So viele Zoolen, solange sie noch die Chance hat. Ähm. Huch. Wird gar nicht weg. So, Verstärkungsgebiet. Got it. Kommt schon. Yes. So. Nein. Pfeife ich? Ne. Kommt die schon hin? Mal gucken. Das Wann kommt er bis vor mir. So. Alter, den habe ich mit dem Messer richtig aufgespießt. Beziehungsweise mit... Ah, nein. Das lasse ich lieber sein. Ich könnte den nochmal herbeipfeifen. Ja, komm hier. Hier bin ich. Na gut. So. Haben schön herbeigepfiffen. Okay, sobald du dich wieder umdrehst... ...kann ich dich kein schönes Attentat machen. Ey, diese geile Fußklinge. Ich bin richtig hart angemacht von der... ...also von der Fußklinge. Ähm. Warte mal. Hier ist nichts mehr Besonderes, ne? Äh, der Teil habe ich da links geholt, oder? Ja. Ich habe sowieso genug davon. Was kriege ich hier nochmal? Ich kriege nochmal die Dings. Oh. Schriftrollen. Got it. Die Schriftrollen muss ich mir wohl... ...den Sprung schaffe ich niemals. So, da ist ein Hund. Kann ich den fucking Hund ausschalten? Ach, da kann ich auch. Da kann ich nicht. So, ich muss bei einem... So. Kann ruhig näher kommen. So. Ein schönes Attentat gemacht. Dann gehe ich mir hoch. Nein. Echt. Immer wenn ich die Leiche aufhebe... ...und dann drücke ich nochmal B. So, der Hund... ...nervt ein bisschen. Oh, der stört jetzt keinen mehr... ...weil keiner mehr den hört. So, da unten. So, noch zwei. Wie mache ich das denn? Ich mache das jetzt mal so. Hier runter. So, und hol mir... ...den direkt. So, die Schriftrolle will ich mir wohl noch holen. Nur wie? Darüber springen, das geht nicht, oder? Schafft die niemals im Leben. Oh, wie weit können die springen? Ja doch, das könnte die schaffen. Ich versuch's mal. Wenn's nicht klappt, dann klappt's nicht. Dann kann ich hier rüber. Dann kann ich nicht. Der Hund ist auch Latte. Warte mal. Kann ich hier runter? Nein. Aber... ...Moment. Nee. Also ich muss ja auch irgendwie zurückspringen können. Deswegen denke ich mal, dass ich hier rüber springen kann. So, genug Anlauf holen. Und... ...alleh. Hopp. Bah. Alles klar. So, und... ...alleh. Hopp. Boah, Junge. Ey. Da bleibt mir der Atem still. Da bleibt mir der Atem still. Da bleibt mir, äh... Der Atem stehen. Der Atem still. Ich kann echt gut weit springen. Muss man sagen. So. Gehen wir hier weiter. Hier ist immer noch Verstärkungsgebiet. Den Zweig hat ich mir angezeigt, aber es ist auch Latte. So, da kann ich hier nicht hin. Die beiden bleiben da stehen. Das... ...Papagei. Oder ein Vogel. Kann ich jetzt nicht genau sagen. Hier können wir nach vorne gehen. Kurz geleckt. Hm. Okay, da geht's weiter. Wir werden mal gucken, was hier ist. Achso, da sind noch Schriftrollen. Alles klar. Gehen wir mal mit hier runter. Und zack, einmal rüber. Ich kann ja nochmal... Ach, scheiße. Fuck, das wäre sehr doof. So, komm. So, einmal hoch. Dann kann ich den mal abmurksen. Boah, scheiße, ey. Da geht mir gerade kurz die Pumpe. So, noch eine Schriftrolle. Das habe ich auch doof gemacht. Ich habe gepfifft und dann guckt der natürlich runter. Was ist denn los? Was ist denn normal? So, hier würde ich wieder hochkommen. Ich weiß nicht, ich gehe da jetzt lang. Was macht der denn gerade? Er geht rüber. Kann hier einmal rüber gehen. Und dann abstechen. Beziehungsweise abmurksen. Oh, der ist runtergefallen. Das hängt da unten. So, und dann stetsche ich... Wie mache ich das denn? Ich glaube, ich gehe nochmal zurück, weil das schneller ist. So, nein. What the fuck? Ist der noch da oder ist der weg? Der ist weg, alles klar. Also ich starte direkt wieder hier. Und was ich auch gut finde, ist, dass die Ladezeiten so verdammt kurz sind. Also du kannst direkt wieder starten. Du stirbst und kannst direkt wieder starten. Ah, Moment, Moment, Moment. Da sehe ich was ganz Cooles. Kann ich hier dran? Ja, da kann ich dran. Alles klar. Ich gehe mal drüber. Denn ich will mal eben diesen einen Punkt da mitnehmen. Hopp. So. Zack. Kann ich hier... Ah, guck mal. Letzte Schriftrolle auch noch gefunden. Nice. Assassinen-Schriftrollen beschaffen. Beschafft. So, und jetzt muss ich nur aus der Grotte entkommen. So. Oh, jetzt muss ich niesen. Fuck. So. Alles klar bei mir? Das Niesen werde ich natürlich nicht rausschmeißen. Ist halt human, kann ich nichts gegen. Oh, kriege ich an Bronze. Auch nicht schlecht. Langsame Vogelkäfige vorbei. Okay. Also langsame Vogelkäfige vorbeigehen. Da muss noch einer. Ist hier denn irgendwas? Kann ich eigentlich vollkommen... Dings lassen. Der Vogel bemerkt nichts. Ähm. Bleib wachsam. Wir müssen den Augen aufhalten. Ich würde wohl gerne... ...da hinten hingehen. Weißt du, was ich glaube ich mache? Kann ich eigentlich... Warte mal. Ich könnte ja was cooles machen, um... ...äh, um noch die Dings abzustauben. Punkte abzustauben. Ich könnte hier rausgehen. Oh, bin ich dann weg. So. Haben wir das Dings abgestaubt. Hehe. Die Punkte abgestaubt. Und dann kann ich die nochmal töten hier. Komm. Komm. Haben wir eine Rückenrolle. Und zack. nochmal abmutzeln. Dann krieg ich noch den hier. Ich weiß... Ich hab... Scheiße. Ich hab's... Ich hab's direkt schon wieder vergessen, was das ist. Fuck. So. Wir haben halt hier rumzuberken. Ist mir aber egal. Alles klar. Da muss ich wohl hoch. Got it. Huch. So. Was brauche ich? So, das muss ich mit dem Wurfmesser durchtrennen. Kann ich da mir... Ja, ich kann mir das Tütenwurfmesser wieder mitnehmen. Ist ja auch ganz... Ganz gut eigentlich. Ganz ratsam. Würde ich mal sagen. Mal gucken, ob alles noch läuft. Ja. Das ist immer ganz ratsam, Wurfmesser mitzunehmen. Verstärkungsgebiet. Will man langsam vorbeilaufen. Runter. Okay, nur mal runter. Ist ja um einer. Nein. So, mal rüber. Dann geh ich hier mal schnell vorbei. Genau. Oh! Oh! Das war aber sowas von knapp. So. Hier kann ich mal hoch. Dann einen Antat machen. Mit der geilen Fußklinge. Die ist cool. Ich muss hier wohl hoch und dann kann ich da jetzt rüberspringen oder was. Ja, kann ich ehrlich nur. So. Verstärkungsgebiet ist hier. Hopp! Ich kann mich hier drin natürlich verstecken. Hier mal mit rein. Wenn der nach unten guckt. Äh, nach oben guckt. Der Antipa guckt bestimmt nach unten. Ja. Also ich will mich perfekt sehen. Ich versuche gleich mal eben auf den unten zu gehen. Jetzt zum Glück macht der Papagei keine. Kein Alarm, wenn ich da jemanden abmurkse. Das wäre natürlich noch das Beste. So, da oben sind zwei. Nein. Oh, ich wollte schon rennen. Ich wollte schon beim Papagei rennen. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße. Fuck, fuck, fuck. Aua. Fuck. Fuck. Ja, fuck. Was? Es sind alle alarmiert jetzt gerade noch. Alles klar. Den einen habe ich tot getötet. Äh, tot getötet. Doof getötet. Das hätte ich besser machen können. Ja gut, dafür werde ich aber jetzt auch bestraft. Jetzt gehe ich mal hier rein. Und dann sieht er mich nicht mehr. Er kommt ja sowieso hier hin. Alarmiert sind sie trotzdem noch. Beziehungsweise sind nicht mehr so hart alarmiert, aber sind immer noch... Puh! Ich bin da auf einmal rausgegangen. Die sind halt immer noch straight am... Nachgucken. So, und immer bereit. Ich glaube, hier guckt keiner rein. Beziehungsweise guckt er in eine Schriftrolle. So. Alles mitnehmen, was es gibt. Ich kann mal drunter springen, bevor er mich gleich irgendwie sieht. Kann ich den nochmal mitnehmen? Zack. Jetzt müssen alle sterben. Ha. So. Kann ich hier nochmal rüberspringen. Okay, Assassinen-Symbol Silber. Dann wollen wir hier mal... Höh! Äh, Todessprung. Ah, Todessprung. Kann ich einfach so machen. Und nicht was, äh... Synchronisieren. Ist es fertig? Gaufeng ist tot, Sifu. Als ist Ma Yongchen. Der Butcher. Gut. Wir haben funktioniert. Wer weitergeht? Patience, sister. Wir müssen aufhören. Zang Yong und seine Tigers kontrollieren die Empire, jetzt. Er ist auf zwei Tigers nach heute. Gaufeng hat nicht die Box. Ich habe es nicht in Zeit genommen. Worry nicht, junger Junge. Wir wissen, dass das ein Risiko war. Ich habe es nicht in Zeit genommen. 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 Vielleicht die Templars werden wir uns zu dem Missing Piece. Vielleicht. Aber jetzt bin ich Angst, dass wir uns nur an den Kriegen haben, eine gefährliche Angelegenheit haben. Geh ein bisschen, Frau Schöne. Together, wir werden wir unsere Lande von den Templars und ihren Paunen. Zang Yong und seine Tigers. Wir werden wir uns wiederholfen, unsere Brotherhood. Alles klar. Dann wollen wir mal unser Brotherhood, beziehungsweise unsere Bruderschaft, wieder rebuilden. So, mehr Wurfmesser. Geh, habe ich nicht geschafft. Aber ein erweitertes Adlauge habe ich geschafft. Wollen wir mal fortsetzen. Erweitertes Adlauge erhöht die Reichweite des Adlauges so, dass DJ Xiaojun mehr von ihrer Umgebung sehen kann. So, unter der Decke hängen. Bewege den linken Stick, um das hier rechts oder links bewegen. Drücke B, um meine Plattform herabzulassen. X, um meinen Anteil auszuführen. Und LT drücken, um in Deckung zu hängen. D parentheses. Um das hier.